Also ja, ich suche jetzt erstmal alles hier ab. Da ist mal wieder eine Naturquelle. Ah, ernsthaft. Wo hängt der wieder fest? Äh, irgendwo hängt einer fest. Ach, ist mir egal. Weg mit dir. Bring den bitte um. So. So, dann gehen wir mal jetzt zu Altragorog. Keine Ahnung, wo dieser Ogre herkam. Vielleicht von hier drüben. Egal. Also, Rakel ist hier oben. Hier ist ein Schreckensmagier-Turm. Ah, da kann ich Schreckensmagier holen. Das wird suppi. Zelte. Menschendorf. Okay. So wie es aussieht, sind die Hügel hier gar nicht begehbar da dahinter. Also ja, ein Menschendorf. Hier sind Elfen-Behausungen. Aha. Ja, hier ist die Fink-Welle, wie gesagt. Wenn ihr die Goblin-Werkzeuge-Lager der großen Woroks vernichten. Die Stadt dankt euch, benötigt eure Dienste aber nicht länger. Okay. Goblin-Werkzeuge. 1.000 Gold? Bärenlager vernichten. Also ja, erstmal vernichte ich das Worok-Lager vor meiner Haustür. Einfach, weil es mich ankekst. Briston. Wir brauchen auch nochmal unsere Hilfe für ein Elfen-Lager. Das haben wir ja schon entdeckt gehabt da hinten. Ach, das ist ein anderes Elfen-Lager, oder wie? Ja, hier ist ein Elfen-Lager. Da ist kein... Hier ist die Stadt. Habe ich mich verguckt. Hier war doch auch ein Elfen-Lager in der Nähe, oder... War das das, was ich da hinten gesehen hatte? Also ja, wir haben genug zu tun. Können aber auch erstmal mit dem Orakel reden gehen. Also Zombies... Das ist billiger. Ja, stellen wir erstmal eine untote Armee auf. Hm... Noch einen dritten... Noch einen dritten Zombies. So, jetzt haben wir eine untote Armee schon mal. Menschendorf macht uns ein gutes Angebot. Von der Geisteraue. Von der Geisteraue. Eine Geisteraue ist das hier unten. Hm... Na ja. So, aber wie ich gesagt habe, jetzt will ich erstmal die Warrocks direkt von meiner Haustür loswerden. Ja, Wissen sollte ich dann mal steigern und vielleicht auch einmal Diplomatie. Das geht um... Und unten. Wie sä? Was? Was... Was ist die Frage? Was ist die Frage? ...Mariausw... ... ... ... ... ... ... Jaaah! 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 So, ein paar große Walks vernichten, ist immer gut. Jaaah! Ihr könnt auch ruhig weiter kämpfen. Habe ich nichts dagegen? Jaaah! 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 Jetzt müssten wir hier das Brigantenlager erst aufscheuchten. Ach, hier im Sumpf ist noch was. Ach, hier ist die Ogre-Hütte. Jaaah! 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 Meine Güte! Kriegen wir die zwei Ogre nicht tot?! Ihr sollt...dastehen. Was zur Hölle? Ich wähl nur den einen Trupp an, nicht alle. Was zur Hölle? Wirkungsdauer steigern und 10% effektivere Zauber und 10% effektivere Zauber und 10% effektivere Zauber Das war's.